Hallo, Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe. Heute darf ich mal wieder ein deutsches Gewehr, eine Jagdbüchse im Kaliber 8x57 präsentieren. Dass es sich um etwas Besonderes handelt, sieht man sicherlich auf den ersten Blick. Es ist ein kleiner Stutzen, ein Seitenschlossstutzen, gefertigt von Jens Ziegenhahn in Suhl für seine Firma Ziegenhahn & Sohn. Dieses Gewehr ist aller Ehren wert, denn es ist nicht nur hochelegant, sondern es ist auch noch super fein verarbeitet. Wir haben eine Gesamtlänge von 97 cm und ein Gewicht von 3,5 kg inklusive des Zielfernrohres. Bei dem Zielfernrohr fange ich auch gleich an, mache weiter. Hier wurden auch keine Kompromisse gemacht. Z8i, top of the range, mit einem 42er Okulardurchmesser. Ein Glas, das man bei so einer zierlichen Büchse noch verantworten kann, ohne die Linien komplett zu zerstören. Montiert ist das Ganze mittels einer Sula Einartmontage, die perfekt gepasst ist. Jetzt aber zurück zu dieser kleinen Büchse. Wir haben einen 52 cm langen Achtkantlauf. Wir haben ein super schön gerundetes und fantastisch graviertes Seitenschlosssystem, das ganz harmonisch in den Muschulierung, in den Achtkantlauf übergeht. Auch der Oberhebel, die Sicherungsschieber, alle kleinen Details sind ganz hervorragend graviert. Und man kann natürlich feststellen, dass Herr Scheerschmidt sich hier sehr viel Mühe gegeben hat. Das ist der Name des Graveurs, der dieses Wunderwerk vollbracht hat. Zum Holz ist zu sagen, es handelt sich um ein sehr, sehr ausdrucksstarkes Spitzenholz mit einer belederten Kappe. Der Riemenbügel ist nicht einfach ins Holz geschraubt, sondern ganz besonders fein ausgearbeitet an zwei Fixpunkten festgemacht. Und die Fischhaut ebenso liebevoll wie präzise geschnitten. Den Lauf ziert eine integrale Viertelschiene, bzw. eine integrale Laufschiene, die mit einem Standvisier ausgerüstet ist und vorne eben mit einem Korn endet. Ebenso ist zu erwähnen, dass an der Mündung noch ein wunderschön eingelegtes Ebenholzabschlussholz die ganze Linie wunderbar betont. Der Vorderschaft ist, wie sich das bei einem Stutzen gehört, und man kann es hier herrlich sehen, zweigeteilt und damit auch die Schussleistung garantiert. Das ganze Gewehr ist nicht nur besonders schön, sondern ich bin sicher, dass es dem zukünftigen Besitzer viel, viel jagdlicher Freude vermitteln wird. Und es würde mich freuen, wenn Sie mich kontaktieren, denn dieses Gewehr ist käuflich bei mir zu erwerben. Ich hoffe, dass Ihnen mein kleiner Vortrag gefallen hat und bin gespannt, wer sich bei mir melden wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe.